So, hallo Leute und willkommen bei Ninja Blades, diesem wundervollen Spiel, was ich so toll finde. Es ist wirklich außergewöhnlich, ich liebe es. Einfach starten. Einfach starten und Flugzeug! So, 2015 wird es so sein. Und ich habe keine Sprachausgabe. Der Übertreibung haben sich sprungen, hat vermehrt, der Schwarm hat sich verdreifacht. Sind Sie bereit dafür? Habe ich denn eine Wahl? Bin ich bereit? Ich bin bereit, hat Ken gesagt. Kennen lassen Sie sich durch diesen Fahrrad, Sie haben sich beeinträchtigen. Wieso habe ich keinen Ton hier bei diesen scheiß Sprachausgaben? Das sind entschieden. Lescomi-Komitee hat zugestimmt, dieses System-Splatt-Tage. Ziehen Sie sofort den Checker. Ich verstehe. Und ich verstehe nichts, weil Sie nicht reden. Oh mein Gott. Das in der Nähe einer Ansage vom Lesben befindet. Ich denke, Sie haben recht. Ja. Genau. Mhm. Da fliegen ein paar Viecher rum und... Ja, ich denke, Sie haben recht. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Was ist das? Was ist das denn? Ein riesiger Wurm? Ich weiß nicht. Ich rufe Sie zurück. Das ist ein Wurm. Falls ihr noch nie einen Wurm gesehen habt, dann wisst ihr jetzt, dass das ein Wurm ist. So. Ich kann hier wechseln. Ähm. Man muss auch sagen, das ist das zweite Mal, dass ich das hier aufnehme. Fraps hat die Aufnahme verkackt. Aber wie die Aufnahme verkackt wurde, es war noch nie eine dimmere Aufnahme. So, in deinem Mund geschossen, du Scheißviecher. Und wechseln. Und nochmal wechseln. Und nochmal wechseln. So. Nachladen. Automatisch nachladen. Ja, wenn ein Magazin leer ist, dann lädt er automatisch nach. Geht weg. Geht weg. Nachladen. So. Vielleicht kommt was aus dem Haus, das weiß ich. Haha. Mann, ich bin gut. Ne, das war vorauszusehen und ich habe jetzt schon mal gespielt, wie gesagt. Ah. Scheiß Fraps. Wenn es eine bessere Alternative als Fraps gibt, um so eine Spiele aufzunehmen, dann sagt sie mir bitte, weil... Langsam hasse ich Fraps. Oh mein Gott. Nachladen. Ich liebe Nachladen. Wirklich. Oh mein Gott. Monster. Die mich ein an Dracula. Kennt ihr diese Viecher von Van Helsing? Die sahen doch auch so aus, oder? Bin mir grad nicht sicher. Mein Gott, ich muss nachladen. Das Nachladen geht natürlich tausendmal schneller als bei jedem anderen Film oder irgendwie bei Real Life oder so. Ja. Komm. Ja. Dam, dam. Wurm. Geh weg, Wurm. Geh weg. Ich hasse dich. Ich hasse deine Eltern. Ich hasse deine Familie. Wurm, geh weg. You don't belong in this world. Natürlich. Ich muss so schnell drücken. Hm. Wiederholen. Was zur Hölle? Ey, nein. Ey, dieses Spiel ist so... Ver... Buggt, ey. Ich hasse es. Ich hasse es. Das Spiel ist verpackt. Ja, wäre ja nicht so, als wenn du das schon früher getan hättest. Also... Ich glaube, da den Bogen kratzt es nicht mal. Oh. Hast du noch geschafft? Schön. Perfekt. BAM! Okay. Radseile. Yay. Ah. Man sollte eigentlich meinen, dass ich besser bin schon darin. Aber ich bin nicht besser darin. Das ist schön. Na... Natürlich. Natürlich. Ich... Ich hasse es. Boah. Ich... Könnt's mir... Kotzen. So. Wieso... Wieso hast du jetzt... Ah, mh. Natürlich. Ich drück den falschen Knopf. Ich drück die ganze Zeit E. Statt W. Das ist... Das ist... Das logischste von der Welt. Also... Wie kann... Wie kann ich darauf nicht kommen? So. Vielleicht kommt hier ein Igel. Oder irgendwas sowas in der Art. Stand zumindest Igel. Glaubt nämlich nicht, dass es ein Igel ist. Sorry, Chief. Ich muss etwas ganz schnell zu tun. Das sieht so eklig aus, das Viech. Das ist eine Schnecke. Das ist kein Igel. Das ist eine Schnecke. Ich glaube, die Japaner haben noch nie eine Schnecke gesehen oder so. Die kennen nur Igel. Bestimmt sehen die Igel bestimmt da so verseucht aus. So. Mein Gott. Erste Hilfe Spray. Dann will ich glatt mal ein. Danke. Mein Gott. Oh mein Gott. Ja und... Natürlich. Falsche Taste. Ich bin so gut. Weg hier. Oh ja. Natürlich. Das war doch schon... Die Druckwelle war doch schon... Oh ja. Oh ja. Genau. Du triffst mich mit deiner scheiß Druckwelle. Du scheiß Viech. Und welcher Knopf... Gut. Großartig. Es ist mir scheiß... Ey. Ken. Ich hasse dich. Wenn dieses eine... Wenn dieses Piepen noch einmal kommt... Ich hau dich kennen. Ist mir scheißegal, ob du ein tödlicher Ninja bist. Ob du ein scheiß Ninja bist. Ob du ein Drecks Ninja bist. Ob du Superman in... Keine Ahnung. Armdrücken besiegst oder so. Ich hau dir eine. Natürlich. Wo kommen die jetzt hierher? Tod. Stirb. Ey. Du bist tot. Du bist tot, du Viech. Und lass... Ey. Wer du stehst jetzt nochmal auf? Wer du stehst nochmal auf wegen den verfickten Viechern hier? Und... Zack. Natürlich. Ach. Ich bin so ein Noob. Quicktime-Events sowieso. Und springen. Und... Wems. Und Todome. Tod. So. Was auch immer er getan hat. Ich hab keinen Plan, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ist das scheiß fies. Ich weg. Fies-Egel. Ach, Egel. Ich hab Igel gelesen. Upsala. Egal. Ist dasselbe? Nicht. Aber okay. In meiner Welt ist das dasselbe. Nein. Wurm. Ich hasse Würmer. Oh mein Gott. Nein. Ein riesiger, fetter Wurm. Es ist so eklig. So ekelhaftes Viech. Ja, springen. Du machst wieder das, was du am besten kannst, ne? Das zum Teufel. Wieso hab ich jetzt die Ninja-Sicht an? Idiot. So. 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 Ich will nämlich mal die hier alle töten, damit dann Ruhe ist im Karton. Ist jetzt Ruhe im Karton. Danke. Gott. Ich hasse sie. Noch ein riesiges Signal direkt unter ihnen. Oh mein Gott. Und ich seh es. Und ich seh es. Nach oben ausweichen. Und. Großartig. Yay. Perfekt. Wieder kein Ton. Schön. Ist etwas passiert, wenn man die Quicktime-Events gut übersteht oder so? Nö, oder? Bin mir nicht sicher. Sorry. So. Das ist mir echt neu gerade. Ähm. Ja. Genau. Geh da nicht hoch. Ist ja nicht so, als wenn da irgendwas oben ist. So. Ja, ich weiß nämlich, dass da ein Adrenalin-Schub war, den ich keine Ahnung. Achso. Und ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass sich das, äh, dass sich alles nochmal nachgespielt hat. Wie er aussieht, ähm, keine Ahnung. Ken. Ich hatte, ich hatte irgendwie dieses Kostüm dann auf einmal da. Und hab mir gedacht, geil, Ken sieht cool aus. Und dann hab ich gesagt, okay. Ken, du siehst auch sofort so aus. Ist mir scheißegal, was deine Mutter dazu sagt. Hauptsache, du siehst cool aus. So. Natürlich. Oh, piepen. Ich hasse dich kennen. Ich hasse dich. Wirklich. Mehr als. Als. Wem hasse ich denn? Wem hasse ich? Ähm. Als. Als. Ah. Mir fällt grad kein Name ein. Weil es gibt niemanden, den ich mehr hasse als Kenner hat. Im Moment zumindest. Vielleicht kommt da noch einer. Mal gucken. Was war das? Was war das? Also mach dir kein Kopf drüber. Also mach dir kein Kopf drüber. Sorry. Weil du, weil du dachtest, du störst. Nein, du störst nicht. Das ist einfach nur, dass du störst. Aber auch nur, dass du störst. Also. Und da kommt ein Wohm. Oh mein Gott. Der Wohm. Oh mein Gott. Und tote Wohm da oben. Ich muss da nach oben. Ich muss da nach oben. Ich kann den Wohm töten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie schnell denn nun noch? So. Habt ihr das gehört? Danke. So. Der Wohm lebt immer noch. Und es war eigentlich ein Todomo, oder? Natürlich. Nach oben. Es macht so einen Sinn, nach oben zu gehen jetzt. Achso. Ja. Okay. Um zu springen. Ich dachte, er geht nach hinten. Oh mein Gott. Sie erhalten 3000 Heilkristalle. Aha. Oh mein Gott. Ken, renn sie. Nein. Das hättest du mir... Also. Darauf wäre ich jetzt nie gekommen, dass ich rennen muss. Wirklich. Oh mein Gott. Ich wäre jetzt nie von einem Wohm weggerannt, der 10 Meter groß ist und mich locker fressen könnte. Also wirklich. Wie kommt man darauf? Oh Gott. Dieses Spiel. Okay. Ich muss mal sagen, dieses Spiel ist manchmal echt scheiße. Echt. So. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott. Nach hinten ausweichen. Du kannst dich an Wänden festhalten. Seit wann kannst du dich an Händen... Oh Gott. Dazu sage ich nichts. Ich sage dazu nichts. Das ist... Dieses Spiel... Danke, Ken. Ja. Ich bin tot. Genau. Ich glaube, der meinte da mit dem Spieler, dass er tot ist oder so. Ach, egal. Ist mir auch scheißegal. Ähm, wenn ich mir jetzt hier erst mal die Folge wählen. Wieso? Weil irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu strange geworden. Schon allein durch den Helikopter, der so eklig aussah. Na egal. Also, Leute. Bis gleich. Spiel weiter. Dieses eklige Spiel. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.